Jetzt ist Cashback Regionalpartner werden. Lassen Sie uns gemeinsam profitieren und begeistern Sie Ihre Kunden mit attraktiven Vorteilen. Herr Meier und Frau Fischer haben zur selben Zeit jeweils ein neues Blumengeschäft eröffnet. Dabei scheint es einen klaren Favoriten zu geben. Denn während der Andrang bei Herrn Meier überschaubar ist, freut sich Frau Fischer schon über eine Vielzahl an neuen Kunden. Doch woran kann das liegen? Ganz einfach, Frau Fischer ist S-Cashback Regionalpartnerin und begeistert Ihre Kunden mit ihren exklusiven Vorteilen. Gemeinsam mit uns hat sie aus ihrem Geschäft ein attraktives Einkaufsziel gemacht und sich dabei neue Wettbewerbsvorteile gesichert. Und das können Sie auch. Als S-Cashback Regionalpartner bewerben wir Ihr Angebot in unserem gesamten Geschäftsgebiet. Damit erweitern Sie Ihren Kundenkreis, begeistern die Kundschaft und verbessern langfristig Ihre Kundenbindung. So profitieren Sie von der wachsenden Markenbekanntheit und steigern Ihre Umsätze. Und das alles ganz unkompliziert und ohne zusätzliche Kosten. Nur den von Ihnen festgelegten Cashback-Betrag übernehmen Sie. Kaufen jetzt für S-Cashback Regional registrierte Kundinnen und Kunden bei Ihnen über ein freigeschaltetes EC-Terminal ein, wird bei der Bezahlung Ihr festgelegter Cashback-Rabatt automatisch registriert. Und wir überweisen diesen direkt an die Kunden. Ganz ohne Aufwand für Sie. Wenn Sie noch kein Terminal haben, geben Sie uns Bescheid. Wir kümmern uns schnellstmöglich darum. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann lassen sich diese Chancen nicht entgehen und werden Sie jetzt S-Cashback Regionalpartner. Sie erreichen uns unter den angegebenen Kontaktdaten. Wir freuen uns auf die gemeinsame Arbeit mit Ihnen.